Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei CryptoCabiner Lieben und heute geht es um den Bitcoin-Chart, ganz kurzes Update, weil, und ich habe es auch schon in die Telegram-Gruppe gepostet, es sieht nicht gut aus für den Bitcoin, was ich in meinen letzten Chart-Analyse-Videos schon vorgestellt habe, eine Support-Linie bzw. ein Pattern, was halt hier gerade über die Nacht nach unten durchbrochen wurde, was wirklich nicht gut ist, weil es ist seit dem letzten Low eigentlich eine Support-Linie, was wir da jetzt nach unten durchbrochen haben. Aktuell am Daily ist es mehr oder weniger bestätigt, wir sind schon darunter, aber wir haben noch die Shows am Weekly, weil die Woche hat ja noch ein paar Tage, damit wir das vielleicht nochmal zurückschaffen. Mobinar sieht aber wirklich nicht gut aus, mehreren Timeframes, wenn man sich das anschaut und ein paar Dinge einfach durchgeht. Wir gehen das aber jetzt zusammen durch, schauen sich das an, ich versuche das Video so kurz wie möglich zu halten. Ganz kurz zuvor noch, ich gehe mal mit Screen Monitoring und ihr seht schon, MMCrypto, ich muss ja sagen, ich liebe diesen Dude, ich mag ihn total. Er ist einfach ein Influencer, Krypto-Influencer, den ich extrem genial finde. Aber er ist halt auch ein Permabulle und das wissen wir, dass er einfach ein Permabulle ist. Und wenn man jetzt genau hinschaut, seht ihr, dass er mit einer richtig großen dicken Linie sogar hier noch versucht, das Bullische hier zu sehen. Im Prinzip, es stimmt ja, ist ja nicht falsch, wenn man sagt, man nimmt Candle Closes, aber auch die Wigs. Es gibt ja entweder Closes oder Wigs, was das angeht. Ich habe das jetzt aber versucht, weil ich das eben auf Twitter gesehen habe. Aber ich habe mir mal gedacht, ich zeichne das dann auch einmal nach. Schauen wir jetzt aber zu uns einmal am Weekly Chart und da gehen wir einmal hinein und gehen das ein bisschen im Detail durch. Und ganz kurz nochmal, ich habe ja gesagt, wir haben dieses Falling Wedge hier gehabt mit dem Preisziel, was hier oben war. Dieses Preisziel des Falling Wedges war nämlich, hier war der Start und ihr seht hier, wir haben das perfekt getroffen, mehrmals angetestet und haben hier diese Bullische Divergence mit dieser orangen Linie erschaffen. Wenn wir das jetzt nehmen, diesen Wedge, egal wie wir den jetzt noch einzahlen, ich gebe euch noch kleine Möglichkeiten dann, wie wir da noch weiter einzeichnen können, was aber trotzdem alles leider bearish aussieht, dass wir hier diese Divergence nach unten nehmen und wirklich nach unten durchbrechen und sage ich mal, so circa, das könnten wir auch nachschauen, wo die nächsten Support-Linien dann sind, Support & Resistance Channel würde uns die ersten, die ersten im Weekly zumindest, auf knapp 20 geben. Aber wenn wir jetzt schauen, Smart Money Concept sagt das auch, 16 ist eigentlich der nächste, aber wir sind ja im Weekly. Wir nehmen dann den Daily hinein, was sind auf jeden Fall. In dem Fall sollten wir unten ausbrechen, wäre das ein Preisziel, das nächste Preisziel wäre dann circa hier und auch hier hätten wir nochmal ein Preisziel. Das sind so, vielleicht auch hier noch einmal, das sind so kleine Dinge, wo wir dann eben hineingehen können. Am Weekly ist es so, dass wir, da gehen wir nochmal gleich durch, ich lösche das nur hinaus. Am Weekly ist es so, dass wir zwar aktuell unter diese Linie gehen, ja, also wir haben jetzt wirklich schon den Worst Case genommen, dass wir die Wigs hinausholen und aktuell auch mit der Kerze darunter sind, aber wir haben noch ein paar Tage, damit wir da nochmal zurück könnten in diesen Kanal. Problem ist, was ich hier halt jetzt einfach sehe, wenn wir uns die anderen Timeframes noch anschauen, und da sieht das leider nicht ganz so gut aus im Daily Chart. Wenn wir aber jetzt ganz kurz zum Beispiel mal schauen, was wollte ich euch zeigen. Hier, der Fibonacci, da sind wir gerade beim 0,5er ein bisschen geboundt, ja, und wenn wir das nicht als Support halten, ihr seht schon, wir haben hier weitere Preiszonen, wo wir dann hineingehen, die eben auch sehr perfekt mit den ganzen Kerzen hier als Support, beziehungsweise als möglich neuen Widerstand handeln kann. Das heißt, sollten wir hier jetzt nicht durchbrechen. Kann natürlich sein, dass wir noch mit einer Woche in die Höhe gehen, was dann zum 0,382 zurückgeht, was aber auch gleichzeitig neuer Widerstand sein könnte. Das als kleines Ding hier. Wenn wir jetzt am Daily gehen, Daily sieht sehr spannend aus, ja, also sorry, ich wollte euch noch am Weekly kurz etwas zeigen, weil wir haben das von MMCrypto vorhin kurz gezeigt, und wenn wir das jetzt anders einzeichnen würden, wir sagen, wir nehmen jetzt wirklich nur Candle Closes, ja, die wir hier mit hineinnehmen, dann sieht auch das aktuell nicht gut aus. Es war in der Früh vielleicht noch anders, wie er das reingezeichnet hat, kann ich sagen, aber wenn wir den Wedge hier jetzt kleiner machen, ja, beziehungsweise diesen Rising Wedge, einfach nur von Candle Clos zu Candle Clos, dann sehen wir, ist der auch im Weekly gerade nach unten durch, ja. Wenn wir uns das in Daily anschauen, und Daily wird sehr, sehr spannend, muss ich sagen, ja. Daily ist es eben so, wenn wir das hier einzeichnen und rausgehen, da können wir natürlich ein bisschen was verschieben, aber nicht wirklich viel Platz zum Verschieben, können wir auch nochmal hineinschauen, nehmen wir diese Candle Clos und diese Candle Clos, und auch wenn man hier hineinschaut, ja, diese blaue Linie, wenn wir uns jetzt anschauen, ist eigentlich nichts anderes, außer, dass wir hier auch nochmal, natürlich jetzt wahrscheinlich nicht ganz so genau, man sieht das, aber, dass wir eigentlich auch hier alles an und für sich schon nach unten durchbrochen haben, und weiter nach unten dann. So wäre jetzt eigentlich aktuell mal die Analyse. Auch hier ist natürlich diese massive Divergence, die wir hatten, die ist am Ausspielen, wahrscheinlich noch sogar schöner, was auch wunderbar angezeigt wurde, und da gehen wir jetzt ganz kurz zum Lux-Algo, zum Price-Action-Konzept, der Premium, der hat uns ja hier schon gesagt, nachdem wir keine höheren Hochs mehr gebildet haben, hey, hier ist die Möglichkeit, dass wir jetzt Short-Game, Barisher Order Block, jetzt noch ein Barisher Fair Value Cap, und man sieht hier, es geht einfach weiter nach unten. Wir haben den Strukturbruch, also die letzten Lows nach diesem Strukturbruch nach unten hier, haben wir eigentlich jetzt auch durchbrochen, das heißt, die Lows sind auch nach unten weg, und aktuell haben wir ein bisschen Platz, nächstes Preis-Level sind circa 28, wo wir sehr viel geschlossene Kerzen, das seht ihr auch hier, wenn ich hier jetzt hineingehe, machen wir das so, machen wir diese Linie, wenn wir hier diese geschlossene Kerze nehmen, sorry, hier bei den 8, nein, sorry, hier war das, haben wir einige Support- und Widerstandslinien, was hier durch die Bank weggeht, das heißt, das könnte hier auf jeden Fall noch Support-Zone werden, die erste, aber insgesamt bin ich eigentlich sehr bearish gestimmt. In Delhi, wenn wir uns da noch kurz den Fibonacci anschauen, wenn wir den zum Beispiel weggehen, den Fibonacci anschauen, sind wir aktuell durch den 1er nach unten durch, und geht weiter nach unten, sofern wir das jetzt nehmen, wir könnten den natürlich auch anders einzeichnen, aber ich habe jetzt den Auto-Fibonacci drinnen, von letzten Lows einen High, was die Kerzen angeht, und das nächste Preisziel, wenn wir den 1.618er erreichen, wären die 27.6 irgendetwas, und das ist hier dann ein bisschen weiter unten natürlich. Genau, wenn wir uns das vielleicht noch anschauen, was wollte ich euch noch zeigen, den Fixed Volume Price Bereich, und wir sehen hier, auch hier sieht es eigentlich nicht so gut aus, von den letzten Kerzen hier, wir haben leider diesen Support, was wir hatten, wurde zum Widerstand, und konnten wir nicht halten, das heißt, es geht hier weiter hinunter, beim VPVR können wir natürlich auch reinschauen, und ihr seht es schon, wenn wir jetzt die letzten Kerzen nehmen, haben wir die 28, die ich vorhin auch erwähnt habe, in diesem Bereich, wäre jetzt aktuell unser nächster Haupt-Support. Deswegen, es wird sehr, sehr spannend, ob wir das nach unten durchbrechen, also der größte Support 27.7, es wird sich natürlich noch etwas verändern, bei den Volumenkerzen, aber danach seht ihr schon, wenn ich hier ein bisschen hinunter scroll, da gibt es dann eigentlich eigentlich nicht so viel Volumen, weil wir hier diesen massiven Pumps hatten, was uns hier auffällt, das heißt, wir müssten hier wirklich kämpfen, damit wir neue Volumenkerzen aufbauen, damit uns das eben wieder nach oben drückt, bin ich aber jetzt eigentlich, glaube ich, eher nicht so dafür, kann mich noch auch täuschen, aber ich sehe hier eigentlich eher, wirklich den fallenden Markt, vorab einmal ein bisschen, man sieht hier auch, wenn ich jetzt kurz nochmal an Wiki gehe, diese Divergence, die am RSI hier oben schon eingezeichnet war, was ja wunderbar ausgespielt wurde, oder am Ausspielen ist, wir haben das dann auch beim Cypher B, wenn wir das anschauen, der hat sich mittlerweile auch angezeigt, eigentlich sehr, sehr perfekt beim RSI hier und bei den Momentum, Oszillator ist das genau und man sieht hier auch den WeWeb, der nach unten geht, und neben den WeWeb beginnt auch der Moneyflow, das ist diese kleine Linie, hier bearish zu werden im Weekly, das sieht aktuell eben nicht so toll aus, das einzige Positive, was wir ja hatten, das habe ich euch ja gesagt, ist hier, dass wir versucht haben, den Flip zu vollenden, den aber nicht ganz vollendet, vielleicht haben wir hier Support bei der 27 und bouncen nochmal, so wie das hier war, wir sind in der Höhe, haben hier eine kleine Bounce gehabt und sind weiter in der Höhe, vielleicht bouncen wir nochmal, das ist das einzige, was ich mir eventuell noch vorstellen könnte, ganz kurz als knackiges Update, kurz ist eigentlich okay, aber 8 Minuten, vielen Dank für's Zusehen, liken, teilen wir nicht vergessen, ciao, ciao!